Ja hallo, Stefan da, jetzt mal wieder nach längerer Zeit ein Banner Update, ja ich fang gleich mal an. Die Mappe ist jetzt im Playsets geordnet, ab der zweiten Seite, also nicht erschreckt, da kommt nachher schon noch besseres. Ich hoffe man erkennt alles, die Seven Tools sind Ultra, das ist super. Full-Name, alle Rea, Drax, alle Ultra, E-Mars, alle super. Da fahrt grad ein scheiß Traktor. Die Monster-Inkarnation brauche ich selbst, die gebe ich nicht her. Der ist Gold, was ist da drunter? Duck-Pribe, Shine-Ball, aha. Verbundenheit und Storm, ja ok, das ist auch alles für Trade. Da sind zwei super, die ist kommen. Trishula. Also wie gesagt, das sind jetzt die Playsets, jetzt fangen die Karten an, die ich zweimal hab. Zwei Beast, zwei Parklands, zwei Dein-Trank, zwei Cautons. Zwei MST, die gebe ich nicht her. Der ist alte, der ist Ultra, die sind super, die sind Gold. Gn, Ultra. Ja, drei Scheinball-Sätze im Prinzip, ich hab da grad einen gefunden. Grandmaster Gold, ja und ich entschuldige mich, falls ich ein bisschen komisch rede, aber ich bin ziemlich verrotzt. Zwei Gold, Gold Sachs, eins Super, eins Ultra. Ultra schon leichter kratzt. Breaker Ultra, das dann in der Super. Einbockert Ultra in der Super. Ultra, äh, Ultra Ultimate, sagen gebe ich nicht her. Super, Super Creature Swap, Ultra Creature Swap, Secret Cyber. Wir sind bei der Ultra, Ravel ist alte. Portale ist super, der ist auch super. Champion Bag. Ja, Traps dann Gold. Celeste ist schon sehr gedamaged. Ich nehme das mal raus. Also die hat da irgendeinen Grazer. Da oben schon richtig arg kaputt. Simox suche ich in Secret, falls wer hat. Zwei Stück. Ja, der Enemy Controller ist Gold, den suche ich vielleicht auch. Ebenso halt einmal. Der Levier ist ein Proxy, irgendein Sohn. Schupt den Dodger, da oben den Knick. Da haben wir ein Formular, Vashrayana, Scrape Twin, Yunlei Ultra, Secret. Habe ich zwei Honest. Egal. Ähm, ja. Das ist ja die Dark World Killer Karte. Also Fairy, Insight Deck rein, ihr Noobs. Mhm, richtig unfair. Ancient Dark World. Mehr wird da nicht rumrennen. Eventuell ein paar Chaos oder Lights vor uns. Ähm, ja. So, das war's. Ich hätte noch ein paar Common Karten gehabt. Kann ich auch noch mal hier zeigen. Darkter Nummer 2. Wie ist das? Ah, da. Ah, da. Ja, geh raus. So. Ja, ob du für Schleingkott hättest. Für Evoldo ist das. Wenn's dann rauskommt. Spy. Prison. Musochi. Knappe. Garot. Writer Spirit. Das geb ich nicht her. Bessere Commons hinter. Und Rears. Den weiß ich auch nicht, ob ich hergebe. Such ich vielleicht noch zwei. Trap Dustschutz such ich. Falls wer hat. Und Mindcrush nehme ich auch immer wieder. Ah, ein Pot. Gut. Der kommt in meine Mappe. Der Reaper auch. Ähm. Ja, meine zwei magierartigen Dimensionen. Auch. Ähm. Ja. So, das war's. Was braucht PN. Ich such im Moment. Vielleicht diverse Antikarten. Rayo. Ähm. Eventuell einen Secret Patch. Aber eher weniger. Ähm. Ja, steht eigentlich in. Tschüss. Tschüss. Das war's. Das war's.